Herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video. Ich werde immer wieder nach einer langen Zeit ein Lekt machen. Und ich werde auf Unusual Memes Combination V189 reagieren. Einfach mal ein Vorbild. So. Erstmal bevor es losgeht, muss ich dazu noch sagen. Ich habe mir dieses Video nicht angeschaut, also ich weiß nicht, was in diesem Video passiert. Das sage ich daher, weil meine Reaktionen werden 100% real sein. Soll ich es nur sagen, let's go. Äh, okay, es ist gerade einfach spörend. Okay. Äh, Loll. Ich habe das nicht angeschaut. Okay. Nein! Warum hat er Steine beladen? Wie der eine gerade gemacht hat! Okay. Oh. Oh. Warte. Oh. 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 Was ist das? Ah, okay. Okay. Warte. Leute, das Video ist doch jetzt schon vorbei. Ai, lol, ai, oh, ai, oh, Leute, schon vorbei. Na dann, das war's wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Bis zum nächsten Mal.